Ja, moin zusammen. Hey, schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind bei den Psychonauts und machen genau das da. Okay, gut, laufen wir mal weiter. Hui! Komme ich hier jederzeit zurück? Wir hätten auch einfach außen rum gehen können. Hey, warte mal, hier sind ja noch Sachen. Ah, wie sind die denn da hingekommen? Oh, warte, jetzt ist der Spiegel zu. Das ist aber frech. Ne, ah, 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 tricky, tricky, tricky. Ja, sehr gut. Okay, ja, gefällt mir gut. Gefällt mir sehr gut. Was hat ihr denn für Dinger hier? Gar nichts, ne? Okay. So, mal gucken. Hier haben wir auch wieder eine Menge Zeugs. Sehr gut. Dieses Bläuliche da, das sieht doch verdächtig aus, ne? Das ist verdächtig. Ach! Ja, du, ey. Komm, verzieh dich. Geh endlich put. Oh, er ist schon put. Da drüben ist auch noch einer. Warte, 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 warte. Ah! Uh! Halt, ich bin dafür nicht gerüstet. Moment. Ich brauch den da. Oh, ich glaub, es geht los hier. Hallo? Ich glaub, ich spinne. Okay, wie komm ich denn das an, dass da... Da drüben ist auch noch einer. Jungs! So läuft das nicht hier. Den nehm ich mit. Und wie komm ich hier drauf? Das war noch easy. Aber jetzt weiter. Warte, warte, warte. Muss ich da hier rüber gehen? Vermutlich, ne? Geht das? Ui, warte. So geht's nicht. Hui! Hopps, hopps. Gut, an einen sind wir rangekommen. Toll! Und an die anderen? Wie komm ich an die ran? Komm ich hier irgendwie drauf? Warte mal, lass mich das mal probieren. Hopps, hopps. Ach, jetzt hab ich... Ja, natürlich. Jetzt brauch ich wieder den. Klasse. So, Moment. Ist das ein Plan? Weiß ich nicht. Das geht. Das geht nicht. Oh, doch, geht. Oh, 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 knapp. Ui, 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 nein. Oh. So, ist da irgendwas zum Springen? Guck mal, das da könnte, dieser Knopf, da könnte der zum Springen sein? Nee, da ist nicht zum Springen, oder? Probieren wir gleich mal aus. Ich würd's nochmal hier testen wollen. Ich möchte schon, wenn das irgendwie geht, ne? Ja? Aber reicht das, um da rüber zu kommen? No way, ne? No way. Ne, das genügt nicht. Klasse. Okay, probieren wir mal, ob der Knopf da zum Springen ist. Hey, Bro. Nur, dass du Bescheid weißt, ne? Okay, mal gucken. Hops. Das sieht, ach, jetzt kommt der an mit schwerem Schütz. Hallo, kannst du mal aufhören? Das sind noch mehr Typen, guck mal. Was macht die alle hier? Ja. Du, genau du. Geh weg. So. Sammeln wir die? Ach, Quatsch. Brauchen wir nicht, ne? So, okay. Da komm ich irgendwie irgendwo hin. Das war ja extrem. Oh, warte mal. Doch, ich hab ne Idee. Könnte funktionieren. Ah. Hier komm ich nicht hoch. Alles klar. Ne. Ne. So. Also. Sind da noch andere Knöpfe? Ich sehe keine. Aber ich sehe weitere Typen, die auf unsere Ankunft warten. Oh, ne. Oh, ne, 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 ne. Das bringt ja gar nichts. Gut. Wo stattdessen? Wo stattdessen? Hier ist doch garantiert irgendwo noch ein anderer Knopf. Es gibt in der Regel eine Lösung. Allein man muss sie finden, ne? Ich sehe keinen anderen Knopf. Cool. Toll. Das war extrem hilfreich. Ah, warte mal. Reicht das hier vielleicht? Nicht hoch genug, ne? Nein. Nicht mehr ansatzweise hoch genug. Hm. Das ist ja blöd. Also irgendeinen Trick wird es hier schon geben. Allein ich weiß ihn noch nicht. Oh, Mist. So. Alter. Ernsthaft? So. Gut. Auch gut. Gibt es hier noch eine andere Option. Das ist keine Option. Ich muss hier irgendwie rüberkommen, ne? Vielleicht auf den unteren Aster. Vielleicht reicht das ja. Mal gucken. Nein. Absolut nicht. Aber warte mal. Ich bin bis hier gekommen. Das könnte sein. Oh nein. Ist das wirklich so geplant? Wenn das so geplant ist, dann könnte das eine langwierige Sache werden. Dass man jeden Einzelnen holen soll. Ui. Insbesondere dann, wenn man von... Wenn man diesen Sprung nicht hinbekommt. Da. Oder diesen. So. Gut. Okay. Ich peile jetzt mal... Peilen wir mal den gelben an, okay? Also den oberen gelben. Ne. Bis hierhin bin ich gekommen. Aber nein. Ne. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Ähm. Das probiere ich auf Screen nochmal aus. Hm. Ist da oben irgendwas? Ist hier irgendwas? Ne. Da ist gar nichts. Ich habe aber keinen Bock auf euch hier. Guck mal. Da ist auch noch so ein Ding. Womit muss ich das denn machen? Ja. Genau so. Nehm ich. Den brauchen wir gar nicht mehr. Wie hast du dir das so gedacht? Also diese zu holen ist... Ist ziemlich simpel. Gut. Na. Sprach es und verfehlt ihn. Ja. Aber es muss ja hier auch noch eine andere Option geben. Guck mal. Wie soll ich an die da rankommen? Ist das da ein Knopf? Ne. Kann ich den verschieben? Äh. 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 Schlecht. Ja, damit werfe ich ihn nur... Ja, super. Es funktioniert so nicht. Hä? Aber es muss doch eine Möglichkeit geben. Vielleicht wenn ich da... Warte mal. Wenn ich da so richtig mit Anlauf und so rangehe. Könnte fast passen, ne? Ist das so gedacht? Keine Ahnung. Da wickelt sich das Garn auf. Da wickelt sich das Garn auf. Das habe ich vorher nicht gesehen. Hüpf. Hüpf. Okay. Einen mehr. Aber was hat das Garn hier zu bedeuten? Kann ich irgendwas mit dem Garn machen? Kann ich nicht. Ne. Scheint nicht so. Hüpf. Oh. Doch. Ich kann. Alter. Das ist cool. Das ist cool. Das haben wir hier oben auch. Dann will ich das mal... Jawoll. Das ist richtig gut. Ach. Schön. Was für eine schöne Idee. Na. Rums. Was für eine coole Idee. Ach. So ein Zeug musste ja auch erst mal kommen, ne? Ah. Und hier oben. Da sehe ich schon. Was ist das? Moment. Keiner verlässt den Saal. Da ist ja noch mehr. Ja. Alles klar. War hier auch einer? Ne. Okay. So. Wie komme ich an euch denn ran? Dazu brauche ich... Welches war es das hier? Mentale Verbindung. Äh. Mit... Das da war es, glaube ich, ne? Ich bin mir nicht sicher. Ah. Nicht nah genug dran. Na jetzt. War es nicht mentale Verbindung? War es das hier? Ne. Hä? Was war es denn? Das war es nicht, ne? Es war schon das hier. Aber allein... Ah. Ah. Und den kommen wir ran. Okay. So. Und so. So. Und so. Und so. Herrlich. Haben wir die auch. Ach. Das finde ich gut. Das finde ich schön, dass hier nochmal alle Fähigkeiten genutzt werden. Und so. Ja, 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 ja. Wie. So. Aber jetzt möchte ich erstmal umstellen auf den da, weil ich nehme an, wir werden gleich wieder... Was tut du denn auch wohl? Weißt du, was die... Mach ich... Nee, komm, ich hab da auf die Typen echt keinen Bock. Ja. Oh. Falsche. Hä? Da ist ja auch noch einer. Was? Wieso? Ich denke, es geht total leicht jetzt. Ich hab auf euch echt keinen Bock. Ich will euch wirklich nicht. Oh, cool. Den sollten wir noch einen Augenblick behalten. Warte, warte, warte. Voll gut. Voll gut. Aber so richtig gut. Jetzt bist du dran. So. Nur, dass du Bescheid weißt. Da unten ist noch einer, ne? Ja, geil. Okay. Na? Ach, brauche ich gar nicht. Gut. Und du? Du störst. Geh weg. Geh weg. So, und hier haben wir jetzt auch noch so ein Dingens. Ich finde das eine voll schöne Idee hier. Und dann müssen wir da erstmal runtergehen. Da müssen wir erstmal runtergehen, ne? Hopps. Hui. Ganz genau. So. Haben wir hier auch eine Hutschachtel. Das käme mir jetzt wirklich gelegen. Da ist Wasser. Da sollten wir nicht hingehen. Ne, hier ist schon ein Ende. Okay, gut. Dann mal wieder raus hier. Oder ist da drüben noch? Ne, ich möchte... Oh, oh mein. Okay, gut. Das ging vielleicht ein bisschen zu schnell. Aber nun. Na? Yeah. Habe ich schon gesagt, dass ich das eine total schöne Idee finde. Und hier können wir auch noch was machen. Da kommen wir dorthin zurück. Falls das vorher nicht geklappt hat. Oder wie? Oder ist da oben drauf auch noch was? Ne, ich sehe erstmal nichts. Hui. Jawohl. So weit, so gut. Klasse. Fisch total gut. So, aber hier brauchen wir nicht das... Okay, offensichtlich müssen wir doch... Okay, ist hier denn noch was? Ah, hier ist vor allen Dingen eine Alpha Wand. Okay, das also nicht. Meinetwegen. So, noch mehr Gesellen. Hier unten. Muss ich auch mal gucken. Ne, da ist nichts. Gut. Haben wir hier noch mehr Störenfriede? Ne. Da waren wir gerade drin. Aber hier ist noch so einiges. Den nehmen wir mit. Und sonst nehmen wir keinen mit. Hier oben kommen wir nicht drauf. Okay, das heißt, es muss auch noch irgendwas hierfür geben. Ach, warte, doch. Ich weiß, was es hierfür gibt. Ah, ja, 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 ja. Den gibt es hierfür. Ne, Moment, da brauche ich eine Kombination. Okay, den habe ich auf E gelegt. Alles klar. Ne, dann passt das. Gut. Hier. Das hatten wir ja mal durch Zufall rausgefunden. Schönes Ding. Ja, und jetzt darüber, bitte. Ja, so. Ja. Ups. Nein. Sie weiß genau Bescheid, was geht. Sie weiß ganz genau Bescheid. Kommen wir denn hier nochmal ran? Komm, ich möchte da nochmal ran. So, nehme ich. Genau. Kommen wir noch was? 92 von 106. Naja. Aber lass mich raten, es wird noch einen Kampf gegen Maligua geben. Irgendwas dahinter? Es hätte sich gerne mal was dahinter versteckt. Nee. Ich habe auch noch nicht eine einzige Truhe gesehen. Das macht mich ein bisschen nervös. Na. Da, ich höre doch was. Was bist du denn? Bist du gut? Hm. Vielleicht nicht so gut da. Hm. Okay. Ja, die Tags haben wir jetzt. Fehlt uns nur noch die Purse dazu oder der Koffer oder die Hutschachtel oder sonst irgendwas. Hm. Wo sind die denn wohl verborgen? Bisher habe ich noch keine entdeckt. Hm. Und dass wir hier so viel Heilung bekommen, macht mich auch schon wieder nervös. Ah. Okay. Alles klar. Gut. Dann brauchen wir erstmal den. Und ich hätte auf E vorsichtshalber gern den. Oh. Oh. Ja. Na. Wo ist er hin? Da ist er hin. Oh. Oh. Das war gemein. So. Aber. Hat funktioniert. So. Der taucht jetzt hier auf, ne? Hi, 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 hi. Er hat mir trotzdem noch Schaden zugefügt. Die Sau. Aber hier gibt es ja genug... Was war das denn? Okay. Es gibt hier genug Heilung. Also alles gut. Ja. Lass mal gucken. Ist hier irgendwas dahinter? Irgendwo müssen diese Schachteln ja alle sein, ne? Wo sind die Schachteln? Aber so... Das wäre wahrscheinlich zu einfach, ne? Oh. Hey. Warte. Äh. Hilfe. Was? Ich komme hier nicht mehr raus? Was? Wie konnte das passieren? So. Jetzt aber. Das wäre zu einfach, ne? Wenn die hier einfach nur hinter den Bäumen stünden. Das wäre zu leicht. Was ist das denn hier? Da komme ich rein? Okay. Nein! Gar nichts Schlechts. Noch ein Tag. Ja. Ja, ey. Äh. Muss ich überhaupt gegen dich kämpfen? Ja. Hilft das? Ja. Hilft das irgendwie weiter? Ja. Matsch. Ich habe das doch... Hatte ich das nicht aktiviert, dass ich da keinen Schaden bekomme? Bleh. Oder dass mir das nichts ausmacht? Da komme ich leider nicht hin. Ach, da kommt noch einer. Ne, auf dich habe ich keinen Bock. Also. So. Hier sind noch zwei. Sehr gut. Brauche ich ja... Ach. Hm. Ne. Ne, komm, geh weg, ey. Ich habe... Oder ihr seid zu zweit. Ach was. Okay. Okay. Die haben sich gegenseitig angesteckt. Oh, Gott. Oh. Oh. Sagen wir mal so. Oh. Okay. Irgendwas dahinter. Nichts dahinter. Gut. Gar nichts. Da sind noch mehr. Ist das ja auch... Das sind überall solche Dinge. Überall solche Geheimgänge. Nichts wie Rinder. Okay. Da muss ich gleich nochmal zurückgehen. Das tut mir sehr leid. Aber ich muss nochmal zurück, weil... Da scheint es ja noch mehr zu geben. 100 Trugbilder. Okay. 100 Körnchen Weisheit. Rang aufgestiegen. Okay, lass uns mal kurz gucken. Wow. Ne, Maps brauche ich, ne? Auch nicht. Sind wir hier? Nein, hier sind wir nicht. Wo sind wir denn? Navidiere durch Nonas Steppdecke. Aber da ist jetzt nichts weiter. Oh, die Schnipps sind sehr abzure. Creepy. Das brauchen wir auch noch. Mann, 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 Mann. Okay. Gut. Aber hier scheint ja jetzt erstmal nichts weiter zu sein. Fragezeichen. Ja, und Kohle brauchen wir auch nicht mehr. Okay. Das tut mir sehr leid. Aber ich muss nochmal zurück. Weil wenn da noch mehr solche Geheimgänge sind, dann möchte ich die auch sehen. Okay. Da ist einer. Da waren wir gerade drin. Hier scheint erstmal nichts zu sein. Hier war keiner, ne? Hier glaube ich nicht, einen Knopf auf dem Boden gesehen zu haben. Da ist kein... Da ist kein... Ne, hier scheint keiner zu sein. Ne, das ist jetzt eine Besonderheit von dem Gebiet dort. Okay. Hüpf. La, 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 la. Ah, sehr gut. Okay. So. Bis hier waren wir gekommen. Ich sehe ihn ja auch nirgendwo. Gut, Schachteln. Gut, Anhänger. Also Anhänger schon, aber keine Schachteln. Wo sind die denn bloß? Okay, die Geschichte geht weiter. Na denn. Hm. Siehst du, es hat was mit uns zu tun. Nona. Du warst derjenige, der mir das Pamphlet für die Rocks-Psychic-Summer-Camp-Gesprache gegeben hat. Du bist der Grund, warum ich ein Psychonaut geworden bin? Nein, es ist sogar du, Frazee, aber du warst so ein Nerd mit diesen Geheimgängen. Hey, true Psychic Tales ist ein grafisches Non-Fiction-Periodical. Some part of you knew you were living a lie. You sensed Raz's power. You thought he could help you. Oh, I don't know, Crowley. I get so confused sometimes. Ach, du weißt genau, was los ist. Just when I was happy. Just so intense and stretching the children, telling them to stay away from the water. Then I feel too so sad. And then, just when I was about to figure it out, everything would start to unravel. Hmm. I forgot how much I hate this place. This is it. This is where I locked up Maligula. Behind that dam. We need to unlock it and draw Maligula out into the open. Then, we'll combine our powers and direct the astrolathes to blast open a pit into the deepest part of her mind. Why don't we just, you know, blast Maligula? Maligula is a part of Lucy's mind. A primitive part that may have helped her early ancestors survive. We all have our own Maligula, Rasputin. We just know how to keep it locked up down below. Oh, toll. Oh, toll. Oh, you can... Mhm. Aber sehr gerne. Na denn. Okay. 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 Warte mal, den wo... Wo ist meine... Äh, Hilfe! Okay, da ist es. Okay. Warte, so. Okay. Okay, schon besser. Warte, warte. So. Ah. Du bist lästig. Und du stinkst. Ja, ich weiß. Ja, Moment. Uh. So. Alles klar. Okay. Ach, shit. Ist jetzt mal Schluss hier? Hör mal. Okay. So. Alter. Mach dich weg, ey. Boah. Und da ist noch einer? Cool. Ah. Noch einer? Nein, nicht dein Ernst. Wer bist du denn? Alter. Oh, mein gosh. Doch, genau so. Oh, shit. Oh. Nein. Oh, knapp, 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 knapp. Ach, verdammt. Ja. So. Puh. Ich hoffe, das war's. Habe ich eine Heilung? Da... Oh, da sind noch mehr. Okay. Kann ich dich irgendwie so erledigen? Sehr gut. Ah. Okay, erst mal ein bisschen Heilung holen hier. Okay, schon besser. Gefällt mir gut. Was bist du? Weiß ich nicht. Da hinten ist auch noch was. Ja. Ich weiß doch auch nicht. Habe ich sie jetzt alle erwischt, oder was? Ich scheine sie doch alle erwischt zu haben. Ne, da oben ist noch einer. Hahaha. Okay. Ah. Nächste... Oh. Ho, 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 ho. Okay, erst mal ihr hier. Ach, shit. Ah. Verdammt. Im Ausweichen bin ich echt nicht gut. Ja, verdammt. Wo ist es hin? Du, ey. Geh weg. So. Und jetzt können wir uns um den Großen da oben. Dazu brauche ich aber... War es nicht das hier? Weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, das hier war es. Hm. Ja. Genau. So, haben wir. Okay. Da unten ist es irgendwo. Ja, ja, ja. Schon klar. Uh. Knapp, 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 knapp. Wo ist es denn? Da ist es. Okay. Und jetzt. Ganz genau. Hui. Ja, 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 ja. Nicht so eilig hier. Ja, ja, ja. Oh, hier. Da fangen wir erst mal an. So. Yay. Oh, da freust du dich. Ja, sehr schön. Hurra. So, da drüben als nächstes vielleicht. Ja. Du wirst auch weggeheft. Yay. No. Rang aufgestiegen. Ach, Mensch. Sowas. Yay. Okay. Da drüben ist auch noch eins. Ups. Ja. Oh, das war... Warte mal. Jetzt brauchen wir wieder den da. Okay. So. Meinst du? Was hörst du denn? Ja. Yes. Juhu. Den haben wir auch. Ich höre auch was. Hm. Yeah. Gotcha. Juhu. So, da oben müssen wir dran, ne? Gibt's da noch mehr? Da hinten stehen die beiden. Okay. Schaff ich das wohl bis da rüber? Oh. Ja. Ja, easy. Okay, so. Nee. Da oben müssen wir irgendwie ran, aber werde ich nicht ertrinken, wenn ich da hochklettere. Geht das überhaupt? Okay. Und das können wir wegäffen. Puh. Aha. Das ist meine Säuse, Marona. Ne? Das? Hilf mir, die Astrolabe-Rasputin-Astrolabe-Rasputin. Richtig. Was denn? Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Oh oh. Das ist nicht gut. Wir haben einen Fehler gemacht. Ich glaube, wir haben viele Fehler gemacht. Mhm. Aber jetzt, wir werden sie hinunter. Ich konnte nicht vorhin. Ich war jung, schade und alleine. Aber jetzt, ich bin nur einer von diesen Sachen. Hm. Oh. Sie hat blöd. Let's hope the Astrolabe can make a deep enough pit. Don't worry for it. I'll be right here beside you. Was? Sie hat uns rausgeschmissen? Unverschämtheit. Was? Was? Jackpot. Bullseye. Ich fühle sie. Maligula. Ich weiß die Identität des Molten. Das ist unglaublich, Sascha. Ich habe eine Mechanische Unterstützung, die du nicht brauchst. Ich habe eine Angelegenheit in der Greenneedle Gulch. Sie ist hier. Mhm. Ich habe eine Angelegenheit in der Greenneedleutelung. Es ist gut. Du bist sicher. Was ist passiert? Wir waren... Du bist sicher in der Strecke, also habe ich dich rausgeschmissen. Ist das... sie? Das ist nicht Nick aus der Mailroom. Ich weiß das, aber warum? Das ist nicht wichtig. Ich nehme es mit mir, wenn ich sie nehme. Da, Psyklon, okay. Okay, wo war denn das? Bin ich jetzt doof? Da ist es doch. Okay, so. Wir haben fünf Punkte. Damit können wir... Ja, da mache ich ja irgendwie nicht so richtig. Mai nehme ich auch mal, aber nicht so wirklich. Ich glaube, ich würde erst mal lieber hier drauf gehen. Geistige Blockade, obwohl Hellsehen ist genauso sinnlos, ne? Das mache ich irgendwie nicht. Ach, komm, was soll's. Geistige Blockade. Warum eigentlich nicht? Okay. So. Hellsehen. La 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 la. Immun gegen Schaden. Cool. Das ist auch gut. So. Aber, Leute. Ja, du guckst ganz doof. Ich weiß. Ist voll blöd jetzt und so. Hey. Was ist denn? Ja, ja. Ich komme gleich zu dir. Der guckt so komisch. Die anderen sind hier noch busy, ne? Die anderen sind noch busy. Alles klar. Okay, gut. Ja. Willi, ich komme gleich zu dir. Aber wir legen ja eine kurze Pause ein. Ich bin gleich wieder bei euch. Macht's gut. Tschüss. 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 Oderót queremos gleich zu dir. Tschüss.